Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nils Place. Und auch heute spiele ich wieder The Walking Dead, wo wir beim letzten Mal, ähm, ich starte erstmal das Spiel, so. Beim letzten Mal fast alle Gruppen, die wir davon abhalten konnten, und vor allem auch Clementine, Menschenfleisch zu essen. Diese Farmer hat nämlich Marks Beine zu unserem Abendessen verarbeitet und, oh Gott, ich will nicht daran denken, Clementine hat zum Glück nichts gegessen. Aber, dack, aber, hey, der Junge kommt drüber hinweg. Oh Gott, oh, scheiß ich, ein Arsch, oh Gott, oh, oh Gott, boah, das ist eklig. Gott, warum sehe ich nur eklige Dinge, wenn ich aufwache? Oh Gott, Clementine, Gott sei Dank. Zumindest ist Clementine hier. Hey, Clammy. Ja, aber du hast nichts gegessen, oder? Oh. Nein. Ich hatte nichts damit zu tun, Gott verdammt. Na toll, wir sind die Nachspeise. Hey, nicht überreagieren. Ich bin nicht schuld. Okay, lass uns mal ein bisschen Unsinn. Ich muss einen Ausweg geben. Ähm, Saltlicks? Ah. Shit, also was anderes. Was macht Kenny da? Untersucht er gerade die Wand? Da kommen wir nicht raus. Da ist überhaupt kein... Nein. Ah, zumindest da sind wir uns einig. Ouch. Das frage ich mich auch. Ey, du hast mein Leben nicht gegattert. Ach doch, als wegen dem Zombie. Nein. Nein, überhaupt nicht. Du bist mit mir stuck. Du bist mit mir. Ich planze, zu sein, lange nachdem du bist. Und wenn du rüberst, ich werde derjenige, die die Axt durch deine Schmerzen. Ich bin nicht deinem敦. Ich bin nicht deinem敦, Larry. Ich glaube nicht. Ich bin nicht vergessen. Ich weiß, wer du wirklich bist. Sie werden nicht öffnen die Tür? Die Everett? Mörder und Schauspieler? Dein Vater macht uns nicht mehr viel einfacher. Öffne die Tür! Vater, stopp! Gott verdammt! Er hört ja toll. Okay, Kenny sucht die Wand ab. Aber nicht durch die Wand. Die hat keine Schwachstellen. Zumindest nicht so, weil ich sie sehen kann. Oh, shit. Oh, Mann. Oh, Kleinhardt. Warum muss ich immer dabei sein, wenn du was passiert? Nein. Noch ist er nicht tot. Fuck. Nein. Noch ist er nicht tot. Wir töten niemanden, der noch nicht tot ist, Kenny. Erstmal müssen wir ihn wiederbeleben. noch ist er nicht tot. Wir können ihn nicht töten, wenn er nicht tot ist, Kenny. Wir können ihn nicht töten. Weißt du, wie hart es war, dass das Monster aus dem Kaccha und Larry hat zweit seine Größe. Es ist ihn oder uns. Schau, Kenny, zurück in der Drogstor, als wir alle alle gedacht, dass Duck gebeten war. Ich gab ihm den Vorteil der Verhältnis. Vielleicht sollten wir das gleiche machen. Das war anders. Duck wurde nicht gebeten. Aber komm, wir wissen, dass dieser Mann es nicht machen wird. Ja, und dann kümmern wir uns drum. Erst, wenn er wiederkommt. Nein. Nein. Wir versuchen, ihn zu retten. Lass uns hier retten. Let's go for it and save her. Äh, him. Whatever. Both of them. Okay. Nein, das ist keine gute Idee, Kenny. Also, zuerst, herz mal saß. Dann. Oh, oh. What the fuck? Kenny! Son of a bitch! Sorry bringt dir jetzt auch nichts mehr, du Arschloch. Er war noch nicht tot, du Drecksack. Gott. I'm sorry. I know. Don't you fucking touch me! Oh, Clementine. Oh, God. Kenny, du Arsch. Are you okay? Das ist eine dämliche Frage. Ja, von jetzt vielleicht, ja. Ja, für jetzt. Aber wir müssen noch einen Weg rausfinden. Komm her, Clementine. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, Mann, dieses... ...Arschloch. Ich brauche dich, du stark bist. Think about something else. Something... Das ist genau das Richtige in dieser Situation. Ja. Sie hat gerade gesehen, wie ein Saltlick den Kopf von einem Mann back gesprengt hat. Oh, Gott, das sollte sie alles nicht sehen müssen. Na gut, sie hat schon einiges mehr gesehen heute. Ja, ich weiß. Oh, Mann. Ich bin sorry, Lilly. Ich bin wirklich. Larry und ich, wir haben nicht so gut zusammengezogen. Aber ich weiß, dass er alles getan hat, um dich zu retten zu haben. Er war ein guter Vater. So, und jetzt zu dir. Wenn es soweit ist. Nicht vorher. Ach, Gott. Okay, lasst uns wieder umsehen. Das könnte ein Weg raus sein. Wer mich durchsucht. Ah, ah. Jesus. Vielleicht mit dem Finger? Fingernagel? Das könnte wehtun. Oh, Gott. Bitte. Ich muss alleine sein. God knows you deserve time to grieve, Lilly. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. Larry kann nicht mehr helfen. I think I may have found a way out of here. Ich glaube, der passt nicht in den Schlitz. I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coil or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but I get the motor in. Larry. Larry, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. Er, hat er? What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Okay. Oh, boy. I have no idea, which pocket he keeps us changing. Okay, let's... Lass uns die hier ausprobieren, also... Die... Diese Tasche? Oder die Tasche sieht gut aus. Ah, Glück auf Anni. Oh, Gehirnteile. Da liegen Gehirnteile neben seinem Kopf. Ah. Dann lass uns mal probieren, ob die funktionieren. Ah, es funktioniert. Perfekt. Das dauert zwar ewig, aber... Lass uns mal probieren, Lee. Wir haben hier nicht all den Tag nicht. Keine Sorge, ich mach' schnell. So. Na, das... Sollte doch jetzt. Bitte sehr. Oh. Da passen wir alle durch. Okay, Clementine. Ich kann nicht mitkommen. You think you can do this? I'm scared. It's okay to be scared. We need you, Clementine. Du hast hier nichts zu sagen. Das ist nur ne Sache zwischen ihr. Und mir vielleicht. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side. I get out of that door and open it. Clementine, du schaffst das. Das ist ziemlich laut. Nelly muss ich dringend waschen. Hey. Sehr gut. Oh. Bisschen angepisst, aber das bin ich auch. Lilly, ich bin sorry. Wir müssen gehen. Ich weiß. Ich brauche nur eine Minute, um zu sagen. Okay. Hey, wir sind gut. Okay? Ja. Das ist gut. Shit, er wird uns alle getötet. Ja. Bleib hier. Geh dir Lilly, okay? Ich will. Das klingt gut. Clementine kann sie sich auch verundern. What the hell? Boah. Das ist der im Schlachtraum. Das ist übel. Was haben die hier? Okay, damit kann man arbeiten. Was haben wir noch? Was ist das? Ein Elektroschocker. Oh. Na, 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 na. Ja. Okay. Okay. Ein bisschen krank. Ja. Okay, okay. Na, wundervoll. Es regnet in Strömen. Okay. Ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden gehen. Sch, kranke Schweine, ich kann nicht mit dir reden, ich hab Angst. Nein, nicht wenig. What the, what the, what the, what the, holy fuck. Nimm das. Shit. Lilly, thank you. Au, das muss wehgetan haben. Ich denke, das sind die Dinger ohne Release Ledge, das heißt, du kommst da leider nie wieder raus. Wir müssen dein Bein abnehmen, aber das ist wohl ausgleichende Gerechtigkeit, nehme ich an. Kenny, fick dich. You see? You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Get part of yourself, so that others can live. I should fucking kill you right now. You see how the others will do this, too. Cannibalism is not the answer. Arthur Walker's eating enough of us. Ja, ziemlich. Und ich bin stolz drauf. Ich bin kein Mörder, also ich bin einer, aber nicht mehr. Clementine hat zugesehen. Also, nie würde ich sowas tun. Ich muss diesen Irren da retten, der glaubt, dass er keine Freunde mehr hat, nur weil ich ihn nicht unterstützt hab. Warum rette ich eigentlich die Ärsche von all diesen Menschen? Gibt's niemanden anderem, der vernünftig arbeiten kann? Na los, auf geht's. Kenny, wo bist du? Aber vermutlich im Richtung Haus. What the fuck? Da ist irgendein... Da ist ein Laserpointer, der auf das Stroh zeigt. Laserpointer, das ist... Doug, ich bin nie so froh gewesen, dich zu sehen. Hallo, Doug. Doug? 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 Und wie war das? Morris Code? Du hast mich fast verletzt. Doug? Sorry about that. Aber ich habe deine Augen. Oh, ich mag das. Wir hören von der Barre. Was passiert? Ziemlich. Danke, dass du mir das gesagt hast. Larry ist tot. Sie haben Marks Legs ausgelöst und versucht, ihn zu uns zu vermitteln. Jesus. Das ist krass. Sie haben immer noch Doug und Katja in dem Haus. Und ich weiß nicht, wo der fuck Kenny ist. Okay, wir kommen in, um Hilfe zu helfen. Nein. Wenn wir das Haus verletzen, werden wir eine Panik. Sie beiden versuchen, einen Weg nach hinten zu finden. Ich gehe nach vorne. Du hast es. Alles klar. Warte, bist du sicher? Ja. Oh Gott. Doug ist ein Held von ganz eigenem Kaliber. Aber ich liebe ihn. Ich bin wirklich froh, dass ich ihn gerettet habe. Sneak to the house. Andy? Danny? Ist das du? Was ist da passiert? Nein. Bist du mit dem. Ja. Nein. lass dich los Kenny hatte heute schon einen Menschen auf dem Gewissen da muss ich nicht auch noch einen dazulegen ok, ganz vorsichtig ja, ich bin noch ich tue kaum was und nun ich fürchte da um es mag und er freut sich schon auf dich aber ich sag's dir nicht ok, ok ey du willst es selber nicht tun ok, du isst Menschen, aber das na, nein, nein, nein das willst du nicht, ganz ruhig Brenda, es ist alles gut du musst es auch nicht ich hab nicht vor dir irgendwas zu tun es ist alles in Ordnung ich fürchte, du kriegst gleich ein Problem wenn du weiter zurück gehst aber das ist mir jetzt gerade auch ok ah, wie ist Kenny da hinten hingekommen ah 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 Kenny der nächste ja und Menschelfleisch yes come on QQQQE das muss wehgetan haben aber davon gibt's noch mehr komm auf die Beine, Lee oh, das muss wieder wehgetan haben ok der läuft kommt schon, mach was ich will da nicht gegen komm, 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 komm ich kann es nicht aufhalten nein he, 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 me tackeschön puh ok, one and two and three und davon gibt's noch mehr und einen linken und einen rechten ok, hast du genug? gibst du auf? ein Familienfoto, wie schön während ich ihn verprügle das reicht hast du genug? das war's du schierst schon willst du wirklich mehr? es ist vorbei deine Mutter sie bringt tot don't you dare walk away from me, Lee good midlife trust verloren get back here and finish this, Lee Clementine wartet auf mich lass uns gehen get back here fight me like a man, Lee ich bin ein größerer Mann als du je warst weil ich mich von sowas nicht zu einem Monster machen lasse und das ist doch worum's geht holy shit die haben nur darauf gewartet zu kommen da kommt seine Mutter oh god das ist hart das ist hart das ist hart das ist ja Ja, das tut es. Ja, das tut es. Ah, lass uns mal schauen, was du zu sagen hast. Dafür gibt er nicht mal einen Ahm. Ja, dafür. Ich kann es verstehen, dass er nicht antwortet, aber... Ich fürchte, sie sind tot, aber... Hey dad, wass that noise? Hey dad, wass that noise? Sounds like a car. Oh god, not more strangers. Let's lock... ...deventual walker an... ...in this outside. Okay... ...schauen wir uns das an. Keiner drin. Zumindest ist... Oh crap. Hm? Baby, du musst es sehen. Es ist ein verdammt load of food and supplies. Wow. This food could save all of us. Großartig. Not all of us. Schaut sein Vater auch an als bellen Monster, ne? If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Aber wenn sie nicht zurück haben? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? You're right. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there, the rest of us missed out on? We have to take this stuff. Irgendwie schaffen wir das. The hell we will. We'll find a way. The rest of us are taking this stuff. Lely? Okay. What have we got in here? Lely? Look, there's more food in that box. Lely? Okay. Any electronics? Radios? Bagels? We're plunders. Wonderful. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. Do you have the name? Okay. Do you want some batteries? Hey, Lee? You know that camcorder? I got it working. You might want to see this. That's right. That's right. This woman has seen us. Wow. It's been a while. Tyler. Rapist? Oh, darling baby. Look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits catch you, will we? No. Okay. Wow, we... That's a really good microphone. Did you find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you go. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you've got to be afraid of. The people I used to call friends. The people who just... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Und damit beende ich diese Episode. Und nicht nur diese Episode von Nils Blaze, sondern auch diese Episode von The Walking Dead. Wenn es euch gefallen hat, dann favorisiert mich gerne. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich. Dann gibt's immer mehr zu sehen. Und falls ihr mir was zu sagen habt, dann schreibt mir in die Kommentare da unten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich liebe euch. Alle. Und ich sorg dafür, dass keiner durch meine Hand stirbt. So gut ich kann. Das heißt nicht, dass niemand stirbt, leider. Bis zum nächsten Mal.